Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Was mir gerade aufgefallen ist, ist hier, dass irgendwas mit unserer Abflussanlage nicht so ganz stimmt. Und wie es ausschaut ist die Abwasserleitung fast im Arsch. Deswegen setzen wir doch hier gleich nochmal drei neue, um die Sicherheit für die nächsten paar Wochen zu gewährleisten. Und die Wasserabsaugung muss erneuert werden, beziehungsweise muss mehr her. Da können wir doch sicher hier noch irgendwo welche platzieren. So, hier. Jetzt haben wir noch ein paar. Die schließen sich hier an. Die schließen sich am ganz normalen System an. Und jetzt müssen die nur noch hochstarten, dann müsste das funktionieren, oder? Einmal starten bitte. Abwasserklärung ist auch wieder im grünen Bereich. So, jetzt ist das Problem schon mal geklärt. Da ist irgendwie Strom. Ach, weil er das unten am Fuß braucht und wir dann nichts haben. Schaut das mit unserem anderen Turm aus. Der hat genug. Und der andere hier, der hat auch. Gut. Ist doch schon mal perfekt. Industrie? Ja, können hier so viel abreißen rein theoretisch an Industrie. Ich frage jetzt, ob er nicht mal hier so ein gewerbemäßiges Viertel baut. Wie viele Besucher haben wir denn hier aktuell schon? Wann ist das nächste Level? Parkinfo. Äh, Besucher die Woche 53. Gesamte Besucher bis zur nächsten 500. Dann ist die nächste Stufe erreicht. Unterhaltung bis zur nächsten Stufe haben wir schon erreicht. Volle Wäsche. Wir haben auch voll rein investiert. Kein Feuerwerk. Hauptpark ist das auf jeden Fall. Werbekampagnen sollen gestaltet werden. Und endlich ist Spaß. Nachttouren. Jeden Abend gibt es einen Park, ein Feuerwerk. Ne, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber so sollte das auf jeden Fall gut sein. Das ist ein National Park of our City hier. Das nutzen jetzt sogar schon voll viele Menschen. Und der ist jetzt auch noch nicht mal klein. Also die Route bis nach oben ist ja schon ewig lang. Aber du hast halt von da oben, wenn du hier zum Beispiel sitzt, ein Ausblick über die City. Ja, okay, da ist vielleicht die Hochhäuser fast schon gleich hoch. Da bräuchtest du einen höheren Berg. Aber du kannst ja später den Nationalpark nach da hinten zum Beispiel noch erweitern in das Gelände hier. Dass du dann hier bis hinter gehen kannst. Dort zum Beispiel auch anfangen. Alter, wie die Flugzeuge. Tonnenweise. Was ist denn hier schon wieder los? Sollte ich das vielleicht alles in ein normales Straßensystem umwandeln? Aber dann staut sich doch das auch überall, oder? Was ist denn hier schon wieder los? Ähm. Das ist jetzt der gute Fall. Wandele ich das alles um? Aber wir können zum Beispiel mal zum Testen einfach Wird die breiter? Ne, die wird nicht breiter. Hier draußen eine vierspurige Straße machen. Und schauen, wie der verkehrt drauf reagiert, wenn ich hier ein paar ein bisschen was zurücksitze sozusagen. Jetzt ist sozusagen von hier ja möglich, den Verkehr auch umzuleiten. Wie reagiert da drauf, oder der Verkehr? Mit massivem Stau. Das Problem liegt daran, dass die Leute hier sich nicht gescheit eingliedern können, oder wie? Staut sich's hier schon, nachher. Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren, hierdurch. Dann müssen wir mal an unsere Kreuzungsdinge ran. Ne, das ist das Falsche. Wo sind die Zeichen? Ne, das ist die Geschwindigkeit. Ich brauche die normalen Zeichen. Ah, da. Oder da waren sie ja. Hauptstraße, Hauptstraße, Nebenstraße, Nebenstraße. So. Okay, das ist jetzt vielleicht kacke. Grünschaltung. Grünschaltung. Rotschaltung. Rotschaltung, Rotschaltung, Grünschaltung, Grünschaltung. Grünschaltung. Rotschaltung. Grünschaltung, Rotschaltung, Rotschaltung. Es funktioniert hier nicht, weil ich jetzt dann das nicht voll aufstaut. Also das Prinzip funktioniert gar nicht so gut. Aussichtsplattform freigeschaltet. Yes. Vor allem, weil halt hier auch der Zug... Oh, weil da der Zugverkehr ist. Das macht es natürlich um einiges schwieriger. Das macht es um einiges schwieriger, weil natürlich hier das wie eine Hauptstraße fest ist. Was ist, wenn wir hier den Kreisel einbauen? Das könnte man doch eigentlich mal probieren, oder? Wir reißen da das komplette Stück ab. Wir bauen hier mal eiskalt in Kreisel. Ich kann dem nachher nicht alles anpacken, wenn wir jetzt in die Befüge gehen. Oh. Aber wir müssen halt irgendwie auch schauen, dass wir den Verkehr einigermaßen in die Pötte kriegen. So. Wir nehmen jetzt also eine Billigstraße hier. Eins raus sitzen wird wahrscheinlich ein bisschen eng, ne? Dann setze ich zwei. So. Und hier genau dasselbe. Perfekt. Dann eine Einbahn einfach draufsetzen mal. Das in die Mitte rausreißen. Und daraus eine dreispurige Autobahn machen. Dann brauchen wir wieder die typischen Straßen. Oder die tun wir jetzt sozusagen hier anschließen. Die hier anschließen. Wir brauchen da vorne ja relativ viel Ruhe. Dann muss ich jetzt sozusagen auf den Verkehr da vorne zwar verzichten. Aber dementsprechend meine Ruhe. Da kommt nochmal so ein Anschluss hin. So ein Radar. Da muss die normale Autobahn hin. Äh, Straße hin. So. Dann kommt da die Straße dran. Genauso wie sie da dran. Muss ich auch nochmal ein bisschen umbauen. So. Abgerissen, abgeschissen würde ich mal sagen. So. Und hier oben kommt die Straße dran. Ich habe ja eine ganz simple, einfache Straße. Ja. Dann brauchen wir jetzt hier nochmal die Straßen. Und dann können wir die nochmal anmalen. Also das kommt auf jeden Fall wieder weg. Dann muss ich halt nochmal neu die ganze Industrie wachsen. Ein bisschen umwachsen muss er halt. Aber das schafft die Industrie doch heutzutage schon. Schön flexibel sein. Boah, mein Auge. Mein Auge. Schaut drauf, wie der Sitz drauf reagiert. Oha, da ist noch ein Weg. Mein Auge. Jetzt müssen wir den gleich wahrscheinlich in der Mitte noch das Durchfahrtsrecht geben. Schau mal, wie gut das funktioniert, wenn ich da drüben das aktiv lasse. Kann natürlich auch probieren, zu sagen, ja, wir nehmen uns hier die Autobahn und machen das auf eine vierspurige, ne? Schauen wir mal. einen doppelten Anschluss einfach mal. Wenn ich den platziert bekomme. Aus Sicherheitsgründen. Man weiß ja nie, was passiert, ne? Hier staut sich's immer, weil natürlich die raus wollen und die wollen auf der anderen Seite raus. Jetzt tun wir aber hier mal sagen, dass das da zweitrangig ist. Und schauen, wie da drauf der Verkehrmer reagiert. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und da staut sich's jetzt halt volle Wäsche gerade. So, jetzt sagen wir mal, den mal hier, er darf hier nur so. Wenn wir jetzt eben sozusagen sagen, er darf in der ersten Spur nur nach da draußen. Das ist sozusagen der Wechsel so, das ist der reine Wechsel so. Man hat mindestens immer eine spurvolle Fahrt. Oder meistens halt, bis es sich halt so staut. Ist das eine gute Idee, sich immer da einzumischen, wo's funktioniert? Ach, du Himmelhilfe. Aber der Stau ist nicht mehr ganz so schlimm. Das ist halt das Problem hier, dass die dann alle hier unbedingt drüber wollen. das ist, wenn wir hier sagen, okay, du darfst nur geradeaus. Und die Spur darf so weit wechseln und die Spur darf so weit wechseln. Das müsste doch einigermaßen Sinn da geben, oder? Dann geben wir denen hier noch Durchfahrtserlaubnis. Oder den hier nicht, aber den da halt. Weil wenn ihr den Verkehr blockt, dann ist das auch kacke. Wie schaut's mit unserem... Alter, das funktioniert. Ich bin erstaunt. Ich bin erstaunt über das System, wie gut das läuft. Auch wenn das gerade eigentlich gleich Ruhe ist, oder? Ich glaube, der Flughafen hat gerade Pause. Und auf jeden Fall eine sehr ruhige Zeit. Ähm, hier schaut's auch ganz gut aus. Der Park hat Besucher. Wie viele? Info. Einnahmen macht er 500 aktuell. Aktivität 900. Besucher diese Woche 42. Okay, das können wir aber bestimmt noch ändern. Aber Leute, das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Da, 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 da. U! Vielen Dank.